Ja, herzlich willkommen zurück zur Medieval Dynasty mit euren Ilmo. Wie geht's uns so und sowieso? Wir sind wieder zurück. Ich habe die zwei Wölfe erlegt, habe ein bisschen Erz abgeholt und bin jetzt wieder in unserem Dörflein und habe mir mal gedacht, ich gucke mal nach unseren neuen Bewohnern. Ja, gerade habe ich es noch laufen müssen. Eins. Ich weiß nicht, wo das andere ist. Hier ist keins. Ah, hier hinten. Hier ist eins. Das kleine Schweinchen. Wo ist das zweite? Wo ist das zweite Schweinchen? Wir haben noch zwei Schweine gekauft. Ach, hier. Guck mal. Das versteckt sich. Ja, sehr schön. Dann gehen wir hier mal raus. Zack. Und gehen wir gleich in die Schmiede hoch. Schmieden das Zeug fertig. Dann können wir das ausladen. So. Ähm, Kupfer. War nicht mehr viel. So. Okay. Ähm, dann Zinnbahn. Ach, Mensch. Ist mir schon lange nicht mehr passiert. So. Okay, und dann, äh, lassen wir das erstmal so. Packen das hier rein. Ähm, so. Zinnbahn. Salz, Pelz. So. Jetzt geht es wieder ein bisschen leichter. Ähm, wir können hier auch nochmal das Fleisch anbraten. Ähm, von den Wölfen. So. Fertig. Ähm. Dann, dann holen wir mal hier das Fleisch noch raus. Ähm, ne, so. Dann den Hecht. Ähm, packen hier. Was kann man hier reinpacken? Nichts, ne? Mal schauen. Ähm, geht uns das Essen aus gerade? Ja. Okay. Ähm. Ach, ne, Quatsch. Ich kann ja das Gebraden vielleicht schon mal hier wieder reinpacken. So. Ähm. Nein, so. Boom. Und dann müssen wir es eigentlich wieder erreichen. Verwaltung. Nahrung. Ja. Ich mach mal das auch wieder. Komm mal, warten wir es reinkommen. So. Alles klar. Ähm, den Tisch. Gebraten, das ist Fischfilet. Können wir das... Ne, das werden wir jetzt nur. Ähm, äh, nochmal. Reis, neun, zehn. Das gibt weniger, ne? Ähm. Das Fleisch, ist das schon verdorben? Nein. So. Fleisch hier rein. Okay. So, den Hecht. Den Hecht müssen wir schnell filetieren. Wo sind wir denn immer noch so schwer? So. So, zack. Boom. Ja, wir sind noch im Wasser, da kannst du gleich was finden. So, fertig. Und dann, hier rein. Fisch, trockene, zack. 112. Jo, das gibt wieder 1000. 120. 120. Münzen. Ah, so. Dann. Ich bin noch mal. Ich bin noch. Der Hecht kommt dann dort rüber. Den wollen wir verkaufen. das Zeug ach so das kann ich so tragen oder? die Metschläsche kann ich mitnehmen ähm Pinolen kein Geld so das Fleisch kommt dann hier rein so so Fisch kommt hier rein Mets kommt hier rein so dann haben wir noch was die Steine das Salz und Pelz die Metschläsche Stock und Kenole so dann sind wir wieder schön leicht ähm ja wir können eigentlich auch die Kleidung ändern ne ja ähm Eimer 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 oh mein Gott wir haben so viele Eimer ähm Säckchen Säckchen haben wir auch was haben wir denn dann Leder Leder 20 ah da ist nicht viel ne ähm wir können die Eimer wieder voll raus machen dann reicht das auch wieder eine halbe Ewigkeit so mh mh so mh fast öffnen mit das ist So, unsere Eimer, hopp, so, das ist hier voll. Verwaltung, ja, Nahrung, auch wieder, Holzbedarf, safe. Zumindest die Punkte, safe, okay, alles gut. Hier ist noch ein bisschen was, ja, wir haben nichts zu tun. Gewinnung, ein Punkt mehr, das heißt, schneller Backbow. Wenn ich weniger Ausdauer verbrauche, haben wir sowieso keine Probleme. Da kommt echt keine Punkte mehr dazu. Ach, das ist mir egal, das Material auch. Ja, dann machen wir das. So, okay, ähm, ja, zwar ein bisschen, ein bisschen gewichtlos geworden. Dann, ähm, Kleidung. Da war noch was. Da können wir auch wieder ein bisschen Gewicht einsparen. Und zwar, ähm, jetzt ziehe ich wieder das an. Das ist Frühling, Hose. Die Stiefel lasse ich aber an. So, gleichzeitig packe ich den weg, äh, die Lederhandschuhe, die Kniehose, den Gugel, die Filzweste, so. So, ähm, dann anziehen, das Leidenhand, die Stuhwut, die Hose, die Stiefel, so. Sieht ganz schick aus, ein bisschen mittig, Temperatur, passt. Jo. Okay, haben wir uns auch mal umgezogen, für den Frühling, ne, schauen wir mal. Sieht wieder ganz schick aus. Ja, wir werden uns noch ein anderes Hemd, äh, besorgen. Und dann ist das auch wieder Schnicke. So, ähm, Messer, 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 Pfeile, ähm, unsere Pfeile haben wir noch genügend. Ähm, wir wollten jetzt noch mal Ausdauertrank holen, ähm, Targetbuch. Hammerhart, die Hake, die zwei Sachen will ich auf jeden Fall noch machen. Ähm, ich hage jetzt mal die Wiesent. Hohle mir das Fleisch, pack das in so ein Salager und verkaufe das dann hier. So. Ähm, dazu, ich will aber noch mal die Tränke holen. So. Oh, ich hab nur noch einen. Mensch, Mädel, du musst mehr, mehr sammeln, ey. Das ist... Das geht zwar nicht. Okay. Ähm. Fangen wir wieder hier an, bei den Wildschweinen. Oh, wir haben auch Hunger, ne? Ähm. Essen wir schnell was. Ähm, gebratenes Fleisch. So. Okay, los geht's. Hier quer rüber. Aber ins Kühle nass. Ähm, jo. 30 Meter in die Richtung. Das sind die Wildschweine. So, das lag jetzt leer noch. So, Wildschweine. Äh, was haben wir ausgeristet? Das hier. Ähm, haben wir noch einen Bolzen. Eisensperr, Eisenpfeil, Pounce. Okay. Wir haben keinen Bolzen mehr. Ja. So, wo sind die Wildschweine? Ja. Ist das eins? Klar. So. Ich sehe da noch mehr. Wildschweine weg. Okay. Wildschwein ausnehmen. Gut, haben wir das erledigt. Ach so, unsere Tiere brauchen was zum Essen. Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Tierfutter. Jo. Ähm. Mist. So, dann wiesend. Wo sind sie? Ja, ich habe doch mehr Bronzepfeuche. Ja, klar. Oh, sind die Zufa versteckt im Dickicht oder was? Da. 1, 2, ja komm her. Neues Level, jagen. Ja, sehr schön. Ja, komm her. Oh, was mache ich denn? Bist du? Eieiei. Voll daneben geschossen. Ja, kann schon mal vorkommen. Ähm, wir sind keine mehr. So. Ähm, wo? Da. Hier noch einer. Dann bin ich auch mal aus. Ausnehmen. So. Du trägst zu viel, ja. Da ist noch ein Bronzepfeil. Wo der hingeflogen ist. Sowas aber auch. Ähm. Hier müsste aber... ...nochmal... ...weil sein. 1, 2, so, jetzt kannst du hier kommen. 1, 2, 3. Zack. Okay, jetzt sind wir voll überladen. Wir schauen mal nach, ob noch ein bisschen da ist. Nein. Alle drei weg. Ähm. Dann schauen wir noch mal nach unseren Fallen. Liegt hier noch einer? Da liegt noch was. Ähm. Wo ist er? Wo? Da. So, einmal. Zweimal. Dann gehen wir rüber. Machen unsere Markierung. Bei denen. Erlegen die. Dann bringen wir das Fleisch zurück. Ähm. Soweit ich das gesehen habe. Ist. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, 25 Kilo. Ah, kein Knopf. Nein. Ganz. Also ein Wiesen können wir das Fleisch zurück. immer noch mitmachen. So. 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 1, 2, 3, 4. Ah. Hm. Hm. Ja, komm her. Ja, komm her. Jude. Schauen wir auch mal. Was wohl nicht nach Hause? Jetzt bekommst du auch einen Pfeil, Tonpfeil, zack, komm her, komm her, komm her. So, komm her, hier bin ich, komm her, komm her, was ist denn jetzt? Okay. Und dann nehmen wir nochmal unseren schönen Ausdauertrank. Zurück zum Dorf, das ist doch eine Strecke, bis zum Lager, 200 Meter, okay, kriegen wir hin. Wir sind überladen, zwei Wildschweine, drei Wieselnd, ja. Dann könnten wir die vier Wieselnd auch auf einmal mitnehmen. Was macht er denn da? Chillt er da? So, wenn wir dann die ganzen Hechte verkaufen, die getrockneten Fischfilets von dem Hecht und von den Miesern, dann haben wir wieder ordentlich Geld in der Kasse. Wir können uns Hühner kaufen, ja. Was sieht jetzt hier mit dem Essen aus, äh, in der Verwaltung? Ja, das reicht. Da müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Ach ne, ich hab auch, äh, nicht auf Essen geschaut, Nahrung. So, ja, das läuft ja. So, Jagdlevel, müssen wir gleich mal gucken. Oh nein, die Jahreszeit ist fast vorbei, schaar. Also, zehn Tage ist dann schon, äh, geht dann schon... Oh, Leder, da können wir gleich ein paar Säckchen machen, ne. Ähm, so, Leder, Säckchen, 100 Stück. Gibt auch Kohle. So, und dann Troui öffnen. Säckchen, äh, das Fleisch kommt komplett hier rein. Die Säckchen kommt komplett rein. Ähm, was haben wir noch? Wiesn-Jill. So, dann haben wir wieder nur 13. Die kann rein. Ähm, okay. Steinmesser haben wir noch, Bronzenmesser auch noch. Dann wieder zurück. Und... Und... Und das Fleisch abholen. Das geht ja ziemlich fix. Hup, 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 hup. So, wo liegt ihr? Da irgendwo, ne. Da liegen sie. So, zack. Eins. Zwei. 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 Jetzt bin ich gespannt, ob er zwei Sperre bekommen. Äh, zwei Sperre. Ja, genau. So. Hier war nichts mehr. Du noch. So. Okay. Du trägst zu viel. Ja, ja, ich weiß. Ja, Eisenpfeil. Ähm, wo noch? Hier war einer. Ähm, Bronzepfeil. 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 Die sind die Bären. Bären und Reifner. Da liegen auch noch Bronzepfeil. Okay. Wie ist denn? Da ist ja kein Kopf dabei. Ja. Ah, Mist. Das war zu viel. Ist gut. Na, na. 1,1. Ah, nein. Ähm. Ähm. Ich hab das. Leder 025 und das Ledersäckchen mit Toffling ein bisschen weniger, vielleicht haben wir dann wieder, jo, perfekt, so, ähm, das wiegt nur 15, so, ähm, hier waren noch Pfeile, gerade wurden sie noch angezeigt, jetzt sind sie weg, ach komm, dieser Schwund, dieser Schwund an Pfeilen hier, ne, heißen Pfeil, Bronzepfeil, Steinpfeil, wir hatten 10 Bronzepfeile, das kann doch nicht sein, das ist doch ein Witz, ach man, ok, zurück zum Dorf, laden wir das Zeug ab, wie viele Tage haben wir denn jetzt noch für diese Jahreszeit, oh, das ist der vorletzte Tag, ah, Mist, ja, aber doch, dann müssen wir ja echt die Wiesen noch erlegen, ähm, damit wir das Geld einsammeln können, so, dann bin ich jetzt echt am überlegen, dass ich den Sommer, ne, ich lass das auf 10 Tage, 10 Tage ist okay, ähm, wenn man dann nicht, man muss nicht alles erschaffen, man muss auch Abstriche machen können, ich denke mal, das wiederholt sich auch im Laufe des Spiels, ich bin gespannt, was mit unserer Frau passiert, dadurch, dass sie ja jetzt schwanger ist, ähm, bin auch gespannt, wann von unseren Dorfbewohnern, äh, jemand schwanger wird, oh, voll überladen, also wir können doch vier Wiesent, äh, mitten, so, jo, das wird dann auch ganz schön, äh, drüben, äh, im Dorf, wir haben es zwar jetzt mit dem, mit dem Esel nicht geschafft, aber hier wenigstens das Fleisch so, Fleisch rüber dann die Säckchen rüber ähm, wie sind die Schäden? 17 Uhr noch, ähm, was war noch? ach so, ja, wir müssen ein Eisensperrmeer ähm, die Ambrust können wir jetzt auch erstmal weglegen so, weißensperr, Eisensperr Steinpfeil ja, den brauchen wir halt jetzt ein bisschen mehr dann fack ich an so, noch haben wir einen Boost wir holen uns noch ein paar Pfeile mehr was wir noch hier so da haben ähm, vergifteter Bronzepfeil Steinpfeil ja, dann nehmen wir halt hier nochmal so, 10 mit und in der Nacht auch Wiesenjagd aber das werden wir in der nächsten Folge machen und dementsprechend ähm, neuen Outfit in der Nacht in der Fackel ich glaube, da haben wir noch nie einen Abschluss gemacht zu sieht auch ganz schick aus ja, ähm, wie immer ade, bleibt tschä ciao, euer Elmo ähm, 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 ähm,